Hi, ich bin Yannis und spreche Wade, einen ziemlich lustigen und wässigen Wassertypen aus Element City. Wade hat wenig Probleme, eine sehr tolle Familie und dann trifft er auf Amber. Was zu? Durch das Rohr bin ich völlig außer Form. Alter! Viel besser. Oh. Amber ist die Tochter ihrer Eltern, denen ein Store gehört, ein Feuershop. Du bist wirklich Kontrolleur für Essen? Soweit sie wissen, ja. Und sie muss sich um den Shop kümmern und soll den auch irgendwann übernehmen. Der soll aber irgendwann geschlossen werden. Und Wade will Amber dabei helfen, dass dieser Shop nicht geschlossen wird. Also ich hab dir doch gerade Strafzettel geschickt aus Feuerstadt. Die will ich gerade an Frau Kumulus schicken und dann bekomme ich eine Schimmelpilzkur. Halt! Wade will auch Liebe. Er kann sehr gut Menschen begeistern und motivieren und das versucht er auch mit Amber. Und Wade ist einfach der liebenswerteste Charakter, den es gibt in der gesamten Pixar-Geschichte. Sieht alles super aus. Nein, nein, nein. Kontrollier das mit dem Mund. Und?